Eine Manie kann man sich vorstellen als Drogenrausch nur ohne Drogen. Das heißt, man hat eine extrem euphorische, gesteigerte Stimmung, die kann auch umschwenken in eine gereizte Stimmung. Man ist sehr selbstbewusst, das kann einhergehen sogar mit Größenwahn, man ist sehr ablenkbar, hat eine gesteigerte Aktivität, man hat eine gesteigerte Libido, man kann sich gar nicht mehr gut konzentrieren und es kann sogar zu psychotischen Symptomen kommen.